Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 1780. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Nimm einfach das Fernglas. Dann kannst du viel besser sehen, wie sich die Rehe verhalten. Nimm einfach das Fernglas. Dann kannst du viel besser sehen, wie sich die Rehe verhalten. Ich muss ein Paket in den siebten Stock bringen und der Aufzug ist defekt. Der Kunde muss für den Empfang unterschreiben. Ich muss ein Paket in den siebten Stock bringen und der Aufzug ist defekt. Der Kunde muss für den Empfang unterschreiben. Ich muss ein Paket in den siebten Stock bringen und der Aufzug ist defekt. Der Kunde muss für den Empfang unterschreiben. Kannst du mir helfen? Ich finde das Rezept nicht mehr, über das wir gestern gesprochen haben. Ich finde das Rezept nicht mehr, über das wir gestern gesprochen haben. Dieses Produkt ist genau das, was sie suchen. Ich kann es ihnen empfehlen. Dieses Produkt ist genau das, was sie suchen. Wir füllen die Vorräte auf, damit möglichst immer alle Medikamente und Hilfsmittel vorrätig sind. Wir füllen die Vorräte auf, damit möglichst immer alle Medikamente und Hilfsmittel vorrätig sind. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Ich verstehe nicht, warum wir heute wieder so schlecht gespielt haben. Heute feiere ich meinen achten Geburtstag und lade euch alle zu Kaffee und Kuchen ein. Heute feiere ich meinen achten Geburtstag und lade euch alle zu Kaffee und Kuchen ein. Ich fühle mich sehr wohl in diesem bequemen neuen Bett. Die Bettwäsche ist weich und angenehm. Mein Mann kommt heute früher nach Hause und wir haben dadurch mehr Zeit, etwas gemeinsam zu unternehmen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich baue Bananen an. Sie werden in die ganze Welt geliefert. Ich baue Bananen an. Sie werden in die ganze Welt geliefert. Ich möchte dir heute eine wichtige Frage stellen. Vielleicht ahnst du bereits, um was es geht. Beim neuen Lehrer ist der Unterricht viel interessanter als früher. Beim neuen Lehrer ist der Unterricht viel interessanter als früher. Ich gehe sehr gerne zur Schule. Beim neuen Lehrer ist der Unterricht viel interessanter als früher. Das Hörgerät ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Aber es ist sehr preiswert. Das Hörgerät ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Das Hörgerät ist nicht auf dem neuesten Stand der Technik. Seit der Haltungsumstellung legen die Hühner mehr Eier, als wir verkaufen können. Was steht als nächstes auf der Tagesordnung? Der Live-Podcast startet in wenigen Sekunden. Ich schaue in mein Manuskript. Ich kann hier nicht telefonieren. Das Mobilfunknetz ist schlecht ausgebaut. Ich kann hier nicht telefonieren. Das Mobilfunknetz ist schlecht ausgebaut. Ich kann hier nicht telefonieren. Ich kann hier nicht telefonieren. Das Mobilfunknetz ist schlecht ausgebaut. Wie konnte das geschehen? Warum habt ihr noch immer keine brauchbaren Ergebnisse? Wie konnte das geschehen? Warum habt ihr noch immer keine brauchbaren Ergebnisse? Etwas stimmt mit mir nicht. Ich muss sofort einen Arzt aufsuchen. Etwas stimmt mit mir nicht. Ich muss sofort einen Arzt aufsuchen. Ich habe eine Idee, wie wir schneller zum Ziel kommen. Ramon ist begeistert. Ich habe eine Idee, wie wir schneller zum Ziel kommen. Ramon ist begeistert. Das Stadion ist noch leer. Das Stadion ist noch leer. Das Stadion ist noch leer. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das Stadion ist noch leer. Das Stadion ist noch leer. Bis zum nächsten Mal.